Damasketsinger, das Zebra gewinnt Staffel 6. Damasketsinger 2022 Das Zebra gewinnt das Finale Die Enthürlungen in Folge 6 Im Finale von Damasketsinger 2022 gab es 4 Enthürlungen, wer hat gewonnen und wer ist raus. Die Auflösung am 23. April 2022 Das Rätseln auf ProSieben geht zu Ende, an diesem Samstag, 23. April 2022, läuft das Finale von Damasketsinger 2022. In der sechsten und letzten Live-Show von Staffel 6 sind zu Beginn noch 4 Kostüme auf die große Bühne getreten, das Rateteam und die Zuschauer rätseln ein letztes Mal, welche Promis sich hinter den Masken verbergen, Klar ist nur, an diesem Abend werden alle 4 Unterkoferstars demaskiert, es sind bereits 2 Masken gefallen im Finale von Damasketsinger 2022 gefallen. Wer steckt dahinter? Das zeigt sich schon bald, denn die nächste Auflösung der Staffel steht kurz bevor, wer ist raus? Wer kommt ins Finale? Hier findet ihr alle Infos Folge 6 sowie zu den aktuellen Enthürlungen. Das Zebra ist der Gewinner, was Ela endlich zur Enthürlung sagt, Schon vor der Enthürlung konnten das Rateteam und die Zuschauer einen Blick auf den Hinterkopf des Underkoferstars werfen, denn als der Sieger bekannt gegeben wurde, freute sich Ela endlich unter dem Kostüm so sehr, dass die Maske runterfiel, die Sängerin konnte ihren Sieg nicht fassen, es war der absolute Hammer, ich kann nur bestätigen was alle immer sagen, dieses Team ist so genial, es macht so Spaß hier, Wackstage mit allen zu sein, jeder gehört irgendwie dazu und auch die Leistung von allen ist wirklich mega mega cool, freute sich Ela endlich.